wie ist die bienes mit dabei haben neun haust ok das ist ja noch ein findet und wieder acht das wäre gut wieder vier teams eigentlich immer da keine chance verdienen die mangel nimmst das kann ich auch so was zu machen das heißt aber auch wenn ein team schon tot ist und dann nur drei da sind ja schon klar ja aber immer wieder nichts machen weil der eine kann von der einen seite der kann der kommt von der anderen seite das was mit einem reißverschluss das kannst du auch nicht fragen kannst du das bitte in der aufnahme lassen das machte bitte so was macht man halt privat du hast da können wir das nicht in der aufnahme lassen können wir gerne machen das ist nein nicht können wir das bitte in der aufnahme lassen das war die aussage betonung ist manchmal wichtig genauso wie sanz zeichen ja komm wir essen opa kommers retten leben so ich bin jetzt mit dem jess xoxo der ausgesprochen wird bin ich in einem team wie sieht die anderen team aus wie sie da markus ist jetzt mit dem mich 69 s und da haben wir hier die zwei noch dabei wunderbar für zwei leute fehlen noch bereit dann kann man loslegen aber schattet ihr jetzt in vier sekunden so jetzt im bunker vor allen dingen das wird die durchaus gar nicht mal so uninteressant jetzt habe ich dich grüß es war lila partner der mich getötet hat und ja ich war tot aber eigentlich habe ich beide noch wieder ausgeschaltet ja ich hatte hier einen der ist einfach nur im kreis von mir um den habe ich getötet ja ich auch ich habe erst den einen aus dem aus den diesen krieg gehauen und man kann baby auf einmal da habe ich baby noch mitgeholt und ihr partner mich dann noch mitgenommen und deswegen ist es ein team grün das war ja die geilste runde krass ich habe zwei leute daran dass ich dachte mir passt aber ich weiß wie auch dieser scheiß abstauber weißt du verließ die runde nicht diese kack abschnaubert noch einmal gut und nicht zwei sie aus wie man die jackson blotten blonden haaren du das ist doch zum kotzen ich habe das gefühl dass irgendwie zwei leute nicht richtig spielen dein teamkollege auf jeden fall und noch irgendeiner die rennen hier nur im kreis rum und das ist das war zu mir als ja gar nicht wenn er dann wirklich alles alleine machen muss mein mein teamkollege steht glaube ich auch nur irgendwo in der ecke rum deswegen ja also wieder ein runde wo wir da gewonnen haben meistens noch auf kaum stand Und das ist dann halt ärgerlich, gerade bei so Spielen. Runde 3. Ja, schön, lauf im Kreis weiter rum, du Vollidiot. Habe ich doch gesagt. Ja, dann kannst du auch das Spiel gar nicht gewinnen. Wenn der allein dabei ist, der meiner Leute übrigens auch bei mir im Start von dem Kreuz rum. Ja, wir werden dann auch danach rausgehen aus der Lobby. Weil das hat keinen Sinn, wenn du dann nur solche Idioten hast, die das einem kaputt machen wollen. Ja, weißt du, diese scheiß Abstaubung. Sieht doch das Gleiche. Ich will den Orangen wegschießen und der, da kommt auf einmal zwei... Ja, das war meiner, den hätte ich gerne gehabt. Und wieso, was verlierst du da drin dann am Ende noch? Den hatte ich schon die ganze Zeit investiert. Ja, der hatte gar nichts mehr, aber vor allen Dingen, anstatt, dass der weiter auf den Orangen drauf geht, äh, geht der erstmal raus aus der Situation. Ja, aber wie gesagt, so macht das auch keinen Spaß. Weil wenn du dann Leute hast, die steht die ganze Zeit, oh, ich glaube, ein bisschen umkreis ist die Gegend. Der macht nichts, der Typ, deswegen verlierst du das auch. Dann gehe ich erstmal raus, gehe nochmal schlafen, klone, geht es mal. Ja, ja, so macht's mir persönlich dann auch keinen Spaß mit so Leuten. Na, spielt ihr weiter mal, spielt ihr weiter mit dem Bunker, genau. Das sind genau die vier, die jetzt rausgegangen sind, da wollte ich zwei mit dich mitmachen. Das ist genau die vier, die jetzt rausgegangen sind, da muss ich zwei mitmachen. Das ist genau die vier, die jetzt rausgegangen sind, da muss ich zwei mitmachen.